Klimakleber. Ja, sie kleben sich überall fest und provozieren damit unbescholtene Bürger und Arbeitnehmer, die eigentlich nur zur Arbeit wollen. Das Ganze geht jetzt schon seit mittlerweile mehr als, ich glaube, einem Jahr, wo sich, sag ich mal, Klimakleber an den Hauptstraßen unserer großen schönen Städte ganz einfach festklebt. Im heutigen Video möchte ich dir aber mal was mit auf den Weg geben, wo man durchaus sagen kann, damit schlägt man Klimakleber mit ihren eigenen Waffen und hat zudem natürlich vielleicht selbst auch gar keinen Nachteil dadurch. Denn wir halten fest und daran erinnern wir uns aus dem folgenden Ausschnitt. Flieger statt Gerichtstermin. Gemeinsam mit anderen Umweltschützern hatten diese beiden Klimaaktivisten im September 2022 in Stuttgart eine Bundesstraße blockiert, sollten deshalb nun vor Gericht erscheinen. Stattdessen flogen sie nach Südostasien. Wir unterscheiden also zwischen Berufskleber und privaten Chatsetter. Denn komischerweise ist das kein Einzelfall gewesen. Denn mittlerweile häufen sich die Fälle, in denen, ja, sag ich mal, Klimakleber sich irgendwo auf der Straße festkleben. Und plötzlich kurz danach sind sie in irgendwelchen tropischen Regionen unterwegs und machen dort Urlaub. Was vor allem aber auch für Klimakleber an dieser Stelle ja doch sehr spannend ist, ist ja das Thema und zwar Urlaubsreisen. Was viele aber nicht wissen ist, dass diese Urlaubsreisen zum größten Teil auch steuerbefreit sind. Denn da kommen wir mal drauf, es gibt hier drei Steuerbefreiungen und eine Idee, die ich sogar hätte, wo man sagen könnte, damit würde es wahrscheinlich keine beruflichen Klimakleber und privaten Chatsetter mehr geben. Wusstest du, dass bei Kerosin zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen eine, ja, Steuerbefreiung greift, hier im Bereich der Energiesteuern? Von dieser Kerosinsteuer können durchaus auch Klimakleber profitieren, wenn sie hier ja auf den, ja, auf Bali oder auf anderen schönen Ländern unterwegs sind. Da sollte man doch gleich mal sagen, diese, ja, Energiesteuerbefragung, zumindest auch hier in Deutschland, sollte man ja abschaffen. Ein weiterer Punkt ist, und der denke ich wird sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Klimakleber treffen, ist das Thema Umsatzsteuer. Denn ein spannender Punkt ist auch, Langstreckenflüge aus Deutschland weg sind umsatzsteuerlich befreit. Bedeutet an der Stelle, 19% Umsatzsteuer fallen dort nicht an. Jetzt ist natürlich das Thema, wenn man Klimakleber ja davon abhalten will, dass sie regelmäßig die Umwelt verschmutzen durch ihren klimaschädlichen, sag ich mal, Urlaubsfetisch, könnte man an der Stelle sagen, einfach 19% Umsatzsteuer drauf und schon hast du an dieser Stelle hier sofort deine Möglichkeit, hier, ja, Klimakleber schon mal daran zu hindern, dass sie vielleicht noch ein bisschen mal auf die Straße kleben, wenn sie 19% für ihren Flug mehr zahlen müssen. Und zudem werden natürlich dann viele auch gleich sagen, ja, aber dann buchen sie vielleicht die Tickets im Ausland. Naja, durch das, dass sie hier in Deutschland von den Flughäfen weg müssen, kann man ja sozusagen eine Umkehr wieder einführen, wenn ein Langstreckenpassagier wieder zurückkommt, dann muss er vielleicht auch einfach nachweisen, dass er an der Stelle hier 19% Umsatzsteuer bereits auf das Ticket bezahlt hat. Denn sind wir mal ganz ehrlich, das geht ja bei allen Waren und Dienstleistungen, Dienstleistungen, die es so im internationalen Bereich geht, komischerweise bei Unternehmen auch relativ problemlos. Ein Thema, was vor allem auch schon seit längerem diskutiert wird und wo ich auch ein Freund davon bin, weil ich ganz klar sage, hey, ich mache hier im schönen Bayern, auch wenn es jetzt hier gerade so regnet, an diesem, was haben wir heute, ich glaube, 15. Juli, 16. Juli, sogar schon Sonntag, 16. Juli, dass wir an der Stelle, sag ich mal, so viele schöne Orte hier in Bayern haben, da muss man doch eigentlich nicht nach Bali oder sonst irgendwo hin fliegen. Und deswegen zum Beispiel auch einfach mal die Einführung einer, ja, zum Beispiel Flugticketsteuer. Da kann man ja zum Beispiel sagen, dass jeder, der zum Beispiel nicht aus beruflichen Gründen unterwegs ist, sondern aus privaten Gründen irgendwo hinfliegt, der muss im Großen und Ganzen hier, ja, sag ich mal, diese Flugticketsteuer zahlen. Wobei man auch sagen könnte, das würde man zum Beispiel schon ein bisschen, ja, eindämmen dadurch, dass man sagt, der Vorsteuerabzug, den Unternehmen ja haben, davon würden ja Unternehmen profitieren. Das heißt, Businessflüge werden dadurch nicht eingeschränkt. Was ich ja persönlich immer auch ganz wichtig finde und da komme ich auch bald zum Thema, wie zum Beispiel Tax Me Now, ist diese gewisse Doppelmoral. Denn ich sage es mal so, jeder Klimakleber könnte auch an Umweltorganisationen sein Geld spenden und müsste nicht dann Steuererhöhungen fordern. Genau dasselbe gibt es ja auch zum Beispiel bei Reichen. Jeder kann, die kann ja, sag ich mal, an die Bundesrepublik Deutschland spenden, um dort das, ja, Schuldenkonto zu reduzieren. Deswegen muss ich sagen, Punkt Nummer vier, wo ich ganz klar dafür bin, ist zum Beispiel die Einführung einer Umweltsteuer oder, wie man es auch schön sagen kannte, eine Klebesteuer. Jeder, der sich irgendwo festklebt, sollte an der Stelle einen Extrazuschlag auf seine im Großen und Ganzen hier, ja, klimaschädlichen Tätigkeiten zahlen. Denn hier kann man es ja relativ einfach nachvollziehen, wenn jemand mit Kreditkarte ein Flugticket bucht, einfach mal 500 Euro obendrauf für die Klimaklebersteuer. Ähnliches zum Beispiel wäre ja auch interessant, wenn man sagt, wenn zum Beispiel Waren oder auch, sag ich mal, was ja die Klimakleber und die letzte Generation auch immer wollen, ist ja, sag ich mal, eine Umstrukturierung des Systems. Wenn jemand sich zum Beispiel ein kapitalistisches Handy wie ein Apple iPhone kauft, dann vielleicht auch da mal schnell 200 Euro mehr verlangen. Denn das ist, wie gesagt, auch dann zum Schutz der Umwelt. Die Unternehmen müssten natürlich dann vielleicht irgendwo sagen, hey, wir stecken das ganze Geld in irgendwelche Umweltprojekte. Und von daher wäre das natürlich aber auch sicherlich auch kein Problem, denn die Unternehmen hätten an dieser Stelle natürlich auch kein Problem. Übrigens, da oben läuft gerade ein Vogel übers Glasdach. Ganz interessant auch an der Stelle. Es gibt natürlich auch überall negative Aspekte. Negative Aspekte sind natürlich hier, dass diese ja, sag ich mal, im Bereich der letzten Generation positiv zu werten wären, denn die Gegner argumentieren hier negative Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie beziehungsweise in dem Zusammenhang, dass weniger Leute sich die Flüge leisten können. Und theoretisch wollen wir das ja genau. Denn wir wollen ja nicht mehr, dass, sag ich mal, Klimakleber und Klimaaktivisten dreimal im Jahr nach Bali fliegen, sondern vielleicht sich auch mal überlegen, ein Jahr mal gar nicht zu fliegen. Denn ich persönlich kenne auch den einen oder anderen Aktivisten, Klimaaktivisten, der sich aber, sag ich mal, regelmäßig, ja sag ich mal, zwei, dreimal im Jahr Mexiko oder Bali oder Thailand oder Sonstiges gönnt, wo man sagt, hey, am Ende bin ich doch der Umweltfreundlichere. An der Stelle auch noch, die letzte Generation betont ja auch immer wieder, dass es drastische Maßnahmen benötigt. Und da muss man auch ganz klar sagen, naja, wenn es diese drastischen Maßnahmen benötigt, dann sollte man vielleicht auch ganz klar sagen, dann sollten ja die Klimakleber mit gutem Beispiel vorangehen. Denn gerade solche Maßnahmen, wo man ganz klar sagen kann, hey, dadurch kann man Steuereinnahmen erhöhen, diese in Umweltschutz, ja sag ich mal, investieren und zum Beispiel im Ausbau von erneuerbaren Energien, Förderung zum Beispiel von E-Autos, wo ich gerade hier drin sitze, oder auch in sonstigen Klimamaßnahmen, da wären doch die Klimaaktivisten schnell dabei. Es muss aber, wie gesagt, wirklich, wenn man das Ganze mal realistisch betrachtet, hier einfach eine politische Balance gefunden werden zwischen natürlich hier, ja, Umweltschutz und dementsprechend der Wirtschaft. Und da kann man aber ganz klar sagen, mein Statement dazu bleibt hierfür eine Forderung, eine Sondersteuer für Klimakleber und Personen, die zum Beispiel auch andere Personen hier im Straßenverkehr terrorisieren. Also eine Sondersteuer für Umwelt, zum Beispiel im Rahmen der Einkommensteuer. Dort ist es ja so, dass Leistungsträger immer gern ja progressiv herangezogen werden. Dann bitte auch einen Sonderbonus für alle, die zum Beispiel auch bei der letzten Generation angestellt sind. Denn damit hätte man ganz klar festgestellt, diese beteiligen sich auch richtig am Umbau, beziehungsweise, wie es Robert Habeck will, an der Transformation unserer Nation.